Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners. wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer. Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jäger, Krebs und Butter. Das war ein Befehl. Der Angriff Steiner ist ein Befehl. Wer sind Sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl zu widersetzen. Der Angriff Steiner ist der Geschmäusch des deutschen Volkes. Sie ist nur ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält. Jahre lang hat das Militär mal eine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur als witzigen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut daran getan, um jahre alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, Gerla. Jetzt beruhig dich doch. Aber die Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich, der wollte ich. Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Das kann der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er Sie erschießen will. Frau Junger, Frau Christian. Ziehen Sie sich sofort. Um in einer Stunde geht ein Flugzeug, das Sie nach Süden bringt. Es ist alles verloren. Hoffnungslos verloren. Aber du weißt doch, dass ich bei dir bleibe. Ich lasse mich nicht wegschicken. Mein Führer, ich bleibe auch. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da. Wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. An November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals. Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen. Keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren. Er wird sich wieder fangen. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht es dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten. Ich verbitte mir diesen Ton. Vielen Dank. Das war das letzte Jahr. Ich war 120 Mils durch Wales in einem Tag. Das ist ein langweilig, nicht? Ich war nicht der Rest der Nacht. Sehr gut.